So, ähm, ja. Ich hab ein ganz, 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 ganz kleines Geheimnis für euch. Ja, erstmal, hi Leute. Ja, und ich hab ein ganz, 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 ganz kleines Geheimnis für euch. Nämlich werde ich, falls YouTube es denn zulässt, ähm, Assassin's Creed 2 als Nebenprojekt spielen. Und das Spiel ist halt 100% Uncut und ich hab drei Extra-Missionen. Steht zumindest auf der Verpackung, da vorne drauf, fett. Also, hier jetzt nicht auf dem Bild, aber, ähm, naja. Also, dann hatte ich eine ganz, ganz kurze Frage. Nämlich eine Umfrage. Das Ganze wird dann ungefähr, äh, eine Woche gehen, bis Freitag. Ähm, und zwar wollte ich fragen, wollte ich euch fragen, ob ihr wollt, dass ich das Spiel blind spiele, oder ob ich das Spiel, ähm, halt, ob ich, schon mal, also die Woche, wie ein verrückter Zock und mal schauen, wie weit ich komm. Äh, ja, also wenn ihr wollt, dass ich töte, äh, stöte, wenn ihr wollt, dass ich sterbe und, dass das ganz lustig ist, dann soll ich, sollt ich vielleicht blind spielen. Und wenn ihr wollt, dass ich, also dass das Let's Play schnell vorangeht, dann, sollte ich wie vor ein verrückter Zocken. Ja, also, ihr könnt abstimmen. Ich werde, ähm, als Kommentar dazu schreiben, blind, oder, nicht blind? Nicht blind? Nein, egal. Ich werde schreiben, also nicht blind, und, ähm, ja, ihr könnt dann Daumen hoch geben, zu dem, ähm, was ihr wollt. Aber Daumen runter werde ich nicht zählen, also dann ist mir das ganz egal. Und, äh, ja, und in einer Woche, am Freitag, um, sagen wir, 15 Uhr ist dann Schluss, dann gucke ich mir das Ganze an. Und dann mal, dann werde ich mal schauen, ähm, wie das ist. Also, wenn ich es blind spielen soll, dann fange ich sofort am Freitag an. Wenn ich es, also wenn ich, ähm, es nicht blind spielen soll, dann werde ich, weil ich habe nächste Woche Freitag Ferien, dann werde ich die Ferien über, ähm, zocken, das Spiel. Und, äh, ja. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und, ja, achso, ähm, ist in dem Projekt, das heißt, ich werde ein bis zwei Parts pro Woche hochladen. Jo, und in Ferien, wenn ich das in Blei spielen soll, werde ich mehr hochladen, also, wenn ich in Blei spielen sollte. Liegt an euch. Ja, ich, also, das war's von mir eigentlich, ähm, stimmt fleißig ab. Ähm, ja. Wir sehen uns dann bei Ramblin Ramblin Rabbits. Haut rein, abonniert mich, bis denn.